noch mal aufs kärtchen da ist sie altar des untergangs in cages dann hier unten im süden haben wir noch gar nichts gemacht also wir haben tatsächlich noch zweieinhalb zonen in cages dann noch gar nicht erkundet das sollten wir unverzüglich nachholen aber erstmal machen wir den altar des untergangs hin und da hier kann euch das licht nicht schützen ach ja scheinen irgendwelche keller kinder zu sein gefunden haben aber kann mir einmal dual befahl den hohen priestern den weg hinter sich zu versiegeln hier ist aber rambazamba machen erkundet die höhle okay einfach nur rumlaufen erkunden machen die nach unten ah diese blitz typen die sind am gefährlichsten ritualkammer schlüssel stein hier sieht wie ein teil eines schlusses ok noch weitere teile geben also drei schlüsselteile ich habe gerade vergessen wieder einen gp-trank zu nehmen wie schnell die mal auslaufen und dann weiß man alles klar man hat schon eine halbe stunde in diesem spiel verbracht und das geht so schnell rum ich brauche mehr zeit das ist der nächste stein na einer fehlt noch aber da kommen wir nicht hoch ne das ist so eine rutt oder doch doch das sah jetzt so aus als ob man da nicht hochkommt müsste ich einmal rumlaufen das wäre ja doof gewesen die statu von lille für sie auch noch ok gleich vermerkt bis hierher und nicht weiter und der letzte nutzt die schlüsselsteine zur öffnung der ritualkammer die befindet sich da wo das heilbecken ist weil ich denke mal da geht es dann runter zum boss also am besten einmal hier rum das ist ein schneller stützpunkt den kann man ganz gut machen wenn man den weg findet na Das war's für heute. Na dann mal rein mit den Steinen. Eins, zwei, drei. Und auf das Ding. Mal kurz durchatmen und dann rein. Oh, das sieht aber cool aus. Altar des... Was ist jetzt los? Der Vernichter. Oh. Der Vernichter hat einfach meine Minions vernichtet. Der Unheilige. Der Unheilige. Jetzt kommt der dunkle Kardinal rein. Sehr nice. Jetzt müssen wir zum Altar und den Stützpunkt befreien. Wie ruhig ist es, ne? Wenn man hier alles platt gemacht hat. So, hier vorne ist der Altar. Und dann haben wir... ...den Schnellreisepunkt auch hier, ne? Das ist auch wichtig. 100 Ansehen dazu. Und hier ist der Schnellreisepunkt. Held des Stützpunkts. Schauen wir uns das nochmal an. Jetzt können wir von hier aus unsere Aktionen starten. Wir haben tatsächlich... ...hier in der Wüste zwei Lilif... Ne, mehr. Vier Lilif-Statuen. Eine wird gleich hier vorne sein, ne? Sehr gut. Und dann haben wir den Stützpunkt auch schon mal befreit.